Hallo und herzlich willkommen bei Runners Point. Jetzt zeige ich euch das Herrenlauf-Shirt aus der Supernova-Serie. Ein Laufshirt, das sich dank des Formotion-Schnitts an die Körperanatomie anpasst und dadurch für optimale Bewegungsfreiheit während des Laufens sorgt. Die Climacool-Technologie sorgt für besten Feuchtigkeitstransport und damit auch für eine trockene Haut beim Laufen. Auch für die Sicherheit beim Laufen im Dunkeln ist gesorgt. Das Shirt besitzt mehrere reflektorische Details, wie zum Beispiel das Adidas-Logo. Das Supernova-Shirt von Adidas am besten zu tragen unter einer Laufjacke oder eben bei milden Temperaturen auch alleine. Und ihr könnt dieses Shirt in allen Runners Point Filialen bekommen oder natürlich auch hier im Shop bestellen unter www.runnerspoint.com.